Hallo, ich bin die Ursula Draskowski. Ich bin Inhaberin des Salons Haare Kosmetik Wellness Ursula Draskowski in München. Unser Salon macht aus die typgerechte Beratung für unsere Kunden. Wir sehen unsere Kunden ganzheitlich und wir haben für jedes Problem eine Lösung. Wir arbeiten mit Labiosthetik Produkten, weil es die hochwertigsten Produkte am Markt sind. Labiosthetik Produkte unterscheiden sich von herkömmlichen Produkten durch ihre Qualität, durch ihre hochwertigen Essenzen aus der Natur zum Beispiel. Hallo, ich bin die Sonora Engin, bin seit sieben Jahren Top-Stylistin bei Ursula Draskowski. Ich bin unter anderem für den Herrenbereich zuständig und für die Damenkunden für Extensions. Hallo, ich bin die Simone Hempel, bin Friseurmeisterin und arbeite seit zehn Jahren bei Ursula Draskowski. Neben der klassischen Friseurdienstleistung biete ich auch professionelle Make-ups an, zum Beispiel für Braut-Make-up oder Fotoschutz. Wir bieten den Kunden individuelle Typ-Beratung, den Aroma-Service, das Touch-Over mit der Make-up-Beratung und unseren schönen Lid-Zitrone Wellness-Tee. Wir stehen für Qualität. 100 Prozent. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020